Hallo Leute und herzlich willkommen zu der nächsten Folge Minecraft Mini Check und Video auf den Server Ähm, ihr seht jetzt diese Folge am Freitag Und ja, also ich glaub Mo-o-tag Fangen auf die letzte Folge Und ähm Ähm Ja, ähm Dienstag, Mittwoch und äh, gestern Ähm Kam keine Folge einfach weil Der Server quasi ganz offline war und keine Folge aufnehmen Und ähm Ja Das war doof Ich nenne sie grad am Donnerstag auf Ähm Abends hier und Ja, ich kenn grad ähm Also eigentlich könnt ich euch vergessen Der Serverbuch haben Aber Er hat jetzt 1815 und ähm In diesen zwei Wochen muss noch Bei Bios kommen und tatsächlich noch jemanden aufgefärft und deswegen Seht ihr jetzt diese Folge jetzt ab grad am Freitag Ja So, ich hoffe Ich muss kurz schlafen weil Nacht ist eklig Ich muss aber euch Ich muss euch mal irgendwas zeigen War schon die 17. Folge glaube ich Ähm Der Baum ist cool Der Baum ist echt cool geworden hier Ich glaube Ich glaub wir dann irgendwie Montag oder so gibt es auch noch jenes Ich glaub ich glaub ich Folge 18 Sonntag Folge 19 Und ja, Montag Folge 20 Ich hab diesen Kopfstorben hier durchgebrochen für die stone slabs damit ich unser eigener bauern können jetzt folgen kann das habe ich ein bisschen weitergearbeitet so viel ich habe schon mal ein bisschen im wohnen aus dauerst leckere bisschen tragen noch und wir können jetzt weitermachen ich hab gestern abend das bisschen weiter gebaut und jetzt sind gar nichts gewachsen ist aber das server seit gestern abend wir haben den mods und so haben und äh ja ich glaube ich habe jetzt noch einen kurspin zu kommen ich muss euch mal kommst du aufstehen schmeißen warum ist ein stein durchschädig? ich wollte mich reicherplatzieren ich hab jetzt Oh, da sieht er echt cool drauf hier. Und, wir sehen, ja das ist echt. So. Wir können es ja mit dem Boden weiter machen hier. Und. Hm. Wir kommen ein bisschen voran, ne? Ich habe das Gefühl, dass wir im wenig kaputt sind, wie schnell vorgekommen sind. Wir brauchen den Konten. Irgendwie so einfach. Es könnte sein, wegen der ganzen Sand und so. Weil es ganze Kies und, äh, Sand runterfällt. Und wenn ich jetzt hier, ähm... ...schönen machen und es ist doch wahnsinnig. Wir hätten vielleicht hier im Wald bauen sollen. Aber ich habe kein Problem, wenn ich jetzt die Bäume wieder zu holzen bin. Ich habe auch so ein Messer ausbauen können. Ja, die warten müssen, bis man ein Messer beteiligt hat. Das ist auch so irgendwie cool. Ich will gleich mal gucken, wie so im Spawning sind. Das ist irgendwie so. Wie schön eine Station dann bauen, ne? Ich finde mich ziemlich cool. Das ist irgendwie so. Ich denke mal, okay. Jetzt ist ja... ...einventar ist wohl. Ich sag ja, seit Speicherplatz. Warum, das weiß ich natürlich nicht. Ähm. Was denn? Oh, oh. Mein Gott. Ich weiß nicht, dass wir uns in der Kessel tun. Nicht so besser. Ich will die viel, ne? Oh, 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 oh. Das gibt's ja gar nicht. Oh, das will weh geht. Ähm. Das ist gerade eben raus. Ein Speicherplatz. Oh, scheiße. Mein Inventar ist voll. Jetzt hätte ich eigentlich fertig bei mir die Schlagerbauen kommen, ey. Ups. Das ist in der Quatschzeit, wenn ich hier gegen die Flacke in die Flacke stoße. Ähm, kann ich vielleicht stacken? Ich kann das genau stacken. Das ist ja genial. Ich würde diesen Block hier wieder einsammeln. Freut mich. Ja. Quatsch. Nichts vorhanden! Kein Sandwasser, was ich weg tun könnte. Gar nichts. Das würde ich mal sagen. Oh, das Geist kann ich weg tun. Das freut mich. Küsten machen muss ich sagen, ne? Um einen Speicherplatz zu machen. Ich weiß nicht, wann muss ich noch machen, aber das mache ich auch wieder. So. Sonst bringe ich mal hier. Blöcke rein. Um hier. Entschuldigung, ich fühle mich schon viel freundlich aus. Dann nochmal, dann nochmal. Da und... Oh. Kommen wir zum Glas. Kommt hier rein? Ab zum Beispiel. Ab zum Beispiel. Ab zum Beispiel. Ähm. Gleiches sind die Modefallen da auch. Gut. Hey. Ah, was ist das Glas da? Hab ich übrigens auch gesammelt. Ich glaube schon gezeigt. Vielleicht hab ich nur noch nicht gezeigt, ne? Ich hab hier ähm... Doch so einen Dust gefarbt. Schlau. Ich hab jetzt wieder nicht stacken können. Okay, komm. Raus. 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 Okay. Blöcke, blöcke, blöcke. Ähm. Blöcke, blöcke, blöcke. Blöcke, blöcke. Okay. Blöcke, blöcke. Blöcke. So, dann kann ich endlich mal hier ausholen hier. Die Punkus und Pomme auch gar nicht hier. Alles jetzt hier rein. So. Okay. Und jetzt ist der noch offen... Oh, jetzt ist noch offen. Oh. Du spart man effektiv. Oder? Das freut mich natürlich. Auf jeden Fall sieht das schon ein bisschen freundlicher aus hier. Zum Beispiel nehmen wir hier die zweite Hacke. Äh, das. Dann macht die Reitsch und nehmen die Mut. Oh, die Kleid sind ganz mal hier oben. Was wichtig ist... Jetzt, ähm... Und so, hier ist mal gar nichts. Die Reitsch... Da geht ja schon... etwas. Guck mal nicht aus. Das ist ja auch ein Stück geworden. Doch, alles wunderbar. Gut, das war's in der vernotiven Folge Minecraft Mini Craft Tech. Ähm, wenn euch das Video gefallen hat, dann ist eigentlich eine gute Bewertung da. Ab und nicht vergessen. Und Schuss.